Hallo und herzlich Willkommen zu TTT mit vielen Problemen. Heute den Ex-Präsidenten Kennedy, das Goldkädchen Florian Zewald und den Boxer Klitschko mit blauem Au. Heute noch dabei Syphilis Bot und aus Schottland der Duncan McCloud. Achja. Snape ist es? 100%ig? Moment, wo ist er hin? Snape, sie haben Zeit für eine Verteidigung. Äh, ey, Moment, wenn der jetzt nicht hier rumrennt irgendwo, dann ist der jetzt wirklich, dann ist der grad in irgendein so'n blöden Room reingegangen, um die Bieste rauszulassen. Echse, 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 Echse ab! Hey, ich hab noch nix gemacht! Syll beißen! Syll beißen! Syll beißen! Ich bin's nicht. Okay. Ey, das konntest du gar nicht gesehen haben. Du, ne, mir ist ne scheiß fucking Harpule eingeschlagen und du warst der einzige, der hinter dir war. Ich hab die auf dich geworfen und die ist in der Luft hängen geblieben hinter dir. Die ist neben mir in der Watt eingeschlagen, die scheiß Harpule. Ich hab sie direkt auf dich drauf geworfen bei mir. Ich hab sie direkt auf dich drauf geworfen bei mir. Ich hab sie direkt auf dich drauf geworfen bei mir. Das ist aber wie vorhin gekrackt. Der Snape hat auch deine Vizeproos. Deine Identität. Ich hab wieder die scheiß Diener nicht im Shop gefunden. Deine Identität? Ich hab keine Identität geklopft. Das sah so aus, ich hab nur lang schnell irgendwas gelesen mit O und dann krieg ich mir okay. Wie niemand diesen genialen Wortwitz mitbekommen hat. Was für ein genialen Wortwitz? Meine Identität. Oh mein Gott. Identität, ja. Das war ja nicht geplant, aber egal. Komm der ist nicht scheiße. Der war nicht geplant. Aber der war nicht geplant. Ja, das ist wahr. Hier ist doch noch einer, Hilfe. Ich nehm alles auf außer die Sword-Off. Ich hab mit der Sword-Off die ganze Runde geregelt. Wann soll ich denn auf einen geschossen haben hier? Es gibt hier Sword-Offs? Ja. Ich hab mit einer erschossene Beuge runter. Das ist sonderbar. Und auf wen soll ich geschossen haben? Ich hab keine Ahnung. Irgendeiner, der hier rumrennt. Die sehen ja alle gleich aus. Ja, beschreiben sie doch mal den Täter. Er hat einen blauen Hust. Er hat einen Helm an. Er hat einen gegenkauf-Uniform und eine Waffe in der Hand. Ah. Er hat einen gegenkauf-Uniform und eine Waffe in der Hand. Eine Frage. Man sieht doch mit Uniform anders aus, oder? Du hast schon... Alter, extra kein Willen. Jetzt geh doch weiter! Was willst du haben? Bulldozer meinst du? Ja. Verfolge mich zu. Okay, ich ne Kugel. Äh, die einzigen, die jetzt bei mir einen Anzug haben... Never folgt mich. Das war jetzt... Ich mach grad eine Zigarette, aber keiner schließt auf mich. Ach, immer diese Raucher. Ja, shoppt doch! Dann ist einmal... Aber ihr habt alle bei mir ne Rüstung, verdammt. Dann weißt du's doch nicht. Ja, wenn sie... Diese Rüstung ist ja die... Die Bulldozer-Rüstung. Die Bulldozer-Rüstung. Du weißt doch schon, dass shoppen kein Grund ist. Shoppen ist kein Grund. Verdammt, meine Nase juckt. Uuuhhhhhh, meine Nase juckt. Das war ein Shit! Das sind wir auch einzig warm einkaufen! Er shoppt! Hey, lass das! Er hat sich ein neues Mikrofon gekauft, oder? Neues Mikrofon! Ach, Reaper, ernsthaft? Um seine Scheiß-Audio-Qualität war etwas interessant. Er hat sich jetzt einen Neumann gekauft. Ein Neumann? Ein Neumann? Er heißt Neumann mit Nachnamen. Nein, es gibt Neumann-Mikrofone, tatsächlich. Die kosten nur so... Willkommen bei Neumann! Bei ihm gibt's noch 5 Euro für ein Schalat. Mir wurde immer rückgeschossen. Ja, das war ich nicht. Du hast mir ins Gesicht geguckt. Hey, Professor Strip hat über wenigstens mal Skin! Leitertrenn-Skin! Cyberword, weißt du noch, worüber wir uns noch gestern unterhalten haben? Ich hatte nur noch 85, also... Hä? Ich glaube, es war aber... Ich meine, es wäre ne... Cyberword, weißt du noch, worüber wir uns gestern noch unterhalten haben? Über Counter-Strike und Headshots. Ja, okay, 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 gut. Weißt du noch? Ja, ja, okay. Das wäre mal cool, also wir haben über die ganzen Waffenskins geredet und über... Ach so, ja! Irgendwann mal wird bei Valve oder bei Hidden Path, je nachdem wir das Ganze entwickelt... Hallo Duncan, nicht rückwärts shoppen! Duncan hat geshoppt! Duncan hat geshoppt! Eindeutig natürlich! Dass man da so ein Skin einführt, dass das so ein Skin einführt für die Digit, die aussieht wie ne Scheiße! Die, äh... Die ganzen Pack... Die ganzen Jäger sind los! Geister! Geister! Das sind Geister! Alle Geister! Ich hab nur Rot gelesen! Ja, Rot! Fuck! Ja, Rot hab ich gerade eben gesehen! Nehmen sie noch! Duncan! Duncan faked seinen Tod! Ich hoffe... Ne, er ist tot! Explosion! Äh... Cyberbettchen! Ja! Cyberbett! 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 Ist er Traitor? Ist er Traitor? Jetzt geht's zum Professor Sna... Ich... Ey, wenn mich jetzt noch einmal... Ist er jetzt Traitor? Nein! Wieso soll ich Traitor sein? Wer ist denn Traitor? Cyberbot ist Traitor! Soll ich Traitor sein? Aber ich kenn's Cyberbot nicht! Hallo, was war mir? Wenn sie schießt, schieß ich zurück! Hallo! Snape! Gut! Dann schießt dich nicht! Wo ist der wo? Ich gar nicht! Warte, warte, warte! Der... Was? 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 Was war das denn? Also diese Runde... Hatten wir gerade... Scheiße! Ja! 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 Du hattest doch ein Radar! Nein! Hatte ich nicht! Das bringt dir hier doch nix! Hier bringt mir das gar nix! Das bringt dir hier sehr viel! Ne! 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 Ja gerade weil das verwinkelt ist, bringt das gar nix! Nein! Ich hatte ein Bloody Knife! Das habe ich auf Echse geworfen! Wer läuft dazwischen? Wir haben noch gewonnen, Cyber! Ja! 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 Da habe ich gedacht! Ne! Ich get mobbt! Ey! Das ist echt genial! Wodurch bist du überhaupt gestorben? Ne? Okay! Ach so kackler! Ach so kackler! Ach so kackler! Also ich meine durch... Ja und eigentlich hatte ich gedacht, ich wäre schon vorher confirmed als T, weil... Ich dachte ich hätte Weeper getötet, obwohl er nicht mein Target war! Ich hätte gerade Beine auf dich geschossen auch schon, weil ich... Ich bin durch irgendwas hochgegangen! Ja ja! Ich habe diesen TF2 Lounge auf dich gemacht, aber ich hatte dich nicht als Target! Da habe ich schon mein... Das ist echt sein! Immer wenn ich einen Diegel habe, haben alle einen verbackenen Skin! Tja! Das ist sonderbar! Das Spiel mag dich halt nur! Die Map mag ich nicht! Es ist immer auf der Map ne bisschen! Da hat jemand mit einer Diegel geschossen! Ja! Du hast doch gerade gesagt, dass du eine hast! Ich habe auch nicht geschossen! Nein! Ich habe nur 36 Schuss drin! Ich habe eine Diegel! Da hat einer mit einer Diegel geschossen! Ja, Florian Silbereisen ist Traitor! Er hat gerade voller Karte geschossen! Snape schießt schon wieder! Du hast dich dahingestellt und hast gar nichts gemacht! Ich würde sagen, dass ich... Ich würde sagen, wir wenden die Beweislastumkehr an! Der war an mir vorbei geschossen! Immer in die Richtung! Das zählt für mich schon! Florian Silbereisen ist zu 99% Traitor! Und zu 99%? Ich habe nichts gemacht! Du stellst dich dahin! Du hast in Gang rein! Dann stehst du ein paar Sekunden rum! Und dann gehst du ein paar Schritte nach vorne! Und dann gehst du erst weiter! Da gibt es diverse Gründe! Ich zum Beispiel esse hier gerade meine Brötchen! Da muss ich auch manchmal stehen bleiben und kann nicht mal die Maus bewegen! Warum verfolgt ihr mich jetzt alle? Meine Güte! Wollt ihr eigentlich den Weg abschneiden? Wollt ihr noch mehr? Ich habe mich behindert! Oh Gott! Habe ich nicht gesagt! Habe ich nicht gesagt? Oh! Getsindet?! Meine Güte! Ach gut! Ich und Reaper dass heißt Warm War Mir und Septik können sich duellieren! Naja das ist ähh! Ich hab mich beim Shop erwischt und hab doch gesagt, dass das war! Ihr könnt euch duellieren. Warn war mir und Sebtik ist es. Ja, aber da sind ein bisschen zu viele Leute, um sich zu duellieren. Ja, Sebtik hat eine Brand geworfen. Ja, war ein von euch weg. Warn war mir weg. Geht zu Sebtik. Ja, auf dieser Karte findet man nichts. Oh, ich habe eine Glock dabei. Trefft euch doch irgendwo an einem zentralen Auffang. Sebtik ist gerade in so ein T-Ding gegangen. In so eine Tür. Sebtik 100%. Ja, Herr Klitschko. Okay, da glauben wir ihn mal. Ja, okay, ich habe dich gerade gesehen. Und der Blinky ist angegangen. Ja, okay. Der Blinky, der Blinky und der Brain Brain Brain. Oh mein Gott, oh mein Gott, der war gerade Blinky. Ich sehe ihn nicht. Ah, doch, da ist er. Doch, warte, waren Sie das gerade? Nee, das ist dann. Boah, so ein Let's Play von Pac-Man wäre auch mal was. Weg von mir! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Das ist der Dich! What the fuck? Wo ist er denn? Ich habe gar nicht geteckt. Im Labyrinth? What the fuck? Okay. Oh nein! was sagt denn mehr reden ohne spaß wie viel kann man denn haben bei einem bei einer dschihad dass man da immer noch über ja wenn mich alle verfolgen was soll ich machen übrigens ich war gar nicht am shoppen als du mich erwischt hast exe sondern ich habe versucht in der bärenfalle aufzustellen selbst wenn du einen bärenfall aufstellen wolltest dasselbe im endeffekt du stehst du schließlich ein let's play wie ich dachte es wäre eigentlich ein vlog den wir hier machen doch reinreden in die kamera zumindest die ganze zeit dann halt ein hall also ich hätte diesen knopf nie durchredet genau das orangene ding ist schon los könnte rede jede stadt im osten danken lebt doch der hat gelogen also ich bin es nicht ich auch nicht ich habe uns gerade gesehen von uns ist keiner in den raum rein ich glaube ach du kacke was da kommt einfach um die ecke kippt Ist der ganz schnell weg? Ja, irgendeiner von denen hat mich direkt weggeballert Ich hab dich zumindest angeschlafen Dann war ich irgendwie tot Ich hab mein Ziel nicht gefunden Man, wir sind jetzt alle verpackten Ich hatte immer ein, ein Ländiger keinen verpackten Das ist welcher? Der hat keinen verpackten Skin? Der ist der Traitor Immer hat einer keinen verpackten Skin Der ist der Traitor Sie sind diesmal nicht mein Target Du aber gleich Wenn du mich jetzt noch weiter verfolgst Okay, Deceptic Ward hat einen verpackten Skin Der Decepticon Ja, ich bin ein Decepticon Oh Gott, tötet ihn Lief doch letztens irgendwie im Fernsehen glaub ich Auch heute kommt der dritte Tag Oh Gott Der ist doch nie wieder mit Megan Wir haben jetzt drei Leute gesehen Nee, die ist ja nicht vorbei Ja, dann guckt man sich den ja eh nicht an Ich glaub, denn Duncan kein verpackten Skin hat Duncan Traitor Und Wann hab ich auch nicht gesehen Das heißt Duncan und Wann war sind wahrscheinlich Traitor Bitte was? Was hab ich denn jetzt für einen Grund, dass ich Traitor bin? Nur weil ich so aussehe? Ich hab die Theorie aufgeworfen, dass die ohne verwackten Skin Traitor sind Okay, du hast auch einen Ich mein, guck mal Hab ich einen langen Bart, ein weißes Gewand an und komme aus Arabien? Das war der Deceptor Ich kann gar kein Terrorist sein Ich erfülle diese Bedingung nicht Aha Hey, ich bin angeschossen Florian Silbereisen Nein, ich bin doch völlig woanders Ja, das stimmt Der hat sich weggeportet gerade Aber Florian Silbereisen stand direkt vor mir Ah, was wird das denn? Danke, danken ist auch Nein Er ist ein Deadwinger oder nicht? Er ist ein Deadwinger oder nicht? Er ist ein Deadwinger, Florian Silbereisen Oh mein Gott Alter Sehr gut Ich hab doch nicht geschossen, Mann Ich hab doch nicht geschossen, Mann Ich sag doch offensichtlich, dass die beiden sind und es hört mir keiner an Ich hab doch auf ihn geschossen Ja, aber Florian hat sich nicht Ich weiß nicht, wann war am Anfang läuft Florian Silbereisen Das sollte doch Tegel holen, das weiß ich Ja, weil er sich bei mir nicht teleportiert hat Und das wäre die einzige Annahme Er ist durch den Teleporter gegangen Ich glaube, ich weiß schon, wer der Lügenkönig wieder wird Oh mein Gott Also bei mir stand, hab ich nix gesehen, dass er sich teleportiert hätte Er ist durch den Teleporter gekommen Er hat nicht die Teleporter genutzt, er ist durch den Teleporter gegangen Ja, wir müssen gucken, dass wir aber ein bisschen Dings reinkriegen, ne? Flair Ja, ein bisschen, äh... Wart bei mir Wie heißt das? Im Reion Glied Was ich immer der selbst Ich bau ne neue Plasma Wann war mir zu bestraft Was war das grad für ne Waffe? Hat sich angehört wie ne... Plasma nicht Plasma nicht Professor Snape Was sagst du das? Wo verliess ich du es? Äh... Der ist vor meinen Augen in Traitor rumgegangen Der Frechheit ist das ja Der ist vor meinen Augen in Traitor rumgegangen Ja, vielleicht hast du den Traitor rumge gemacht, damit er da reingeht Genau Ich konnte da ja nicht mehr nachher reingehen Ich bin da außer Sinn dran Ich bin da außer Sinn dran Ich bin da außer Sinn dran Da hat irgendjemand... Da hat irgendjemand aufgemacht Na, ich schieß auf Snape Ich schieß auf ihn, der ist vor meinen Augen da reingelaufen Ja, ich schieß auf ihn halt noch gesagt! Wenn ihr eure Karma versauen wollt Ja, könnt ihr das ruhig machen Ich zieh ihn die Lehrberechtigung Kommen sie raus Aber ich bin das nicht Ich bin da außer Sinn Ich entzieh ihn die Lehrberechtigung So wie der sich verteidigt ist das eh hundertprozentig Und dann... Ah! Blau, blauer Geist! Und dann habe ich einen Zaubertrank getrunken und bin unsischbar Er ist eh doch ein Shader auf Ich seh ihn hier nirgendwo Ich bin ihm nicht einmal begegnet Du weißt schon, dass dieses Labyrinth ziemlich groß ist, ja? Ja, ich bin jedem begegnet bis auf ihm gerade Seit ich ihn da reingehen sehen hab Aber Axel, ich finde das ne Frechheit, dass du mich verdächtigst Weil ich es bin es nicht Was soll das? Der Professor ist schlecht Ich glaub eher, dass Axel es ist Er hat nichts mehr Ey, wer hat jetzt voll mit dem Snape liegen? Ich sag's an Er ist zwei bist unsichtbar! Was? Bin ich gar nicht, ey Du bist unsichtbar, ja? Was soll die Scheiße? Ich lieb hier gleich Hab ihn Ich bin nicht unsichtbar, er ist unsicht Hab ihn Ey, Linz Was ist denn hier los? Wahllll, Tanken Wer ist jetzt? Wer ist jetzt was die Tanken, oder was? Wer ist jetzt was die Tanken, oder was? Ja, warte, 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 warte Ey, das ist nicht Ey, nein, ich hab mich Ey, nein, nicht auf mich Sorry, 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 sorry Ja, was war der letzte Scheiße! Was war denn hier los? Oh mein Gott, ich sag doch, es war Professor Snape. Hört ihr mir denn nicht zu? Ich hab ihn verfolgt. Ich hab beide Traitor entlarvt. Ja, und ich hab ihn verfolgt, den Snape. Ich sag schon noch, es war so klar, dass Reaper es auch ist. Der hat ihn so verteidigt. Aber guck mal, Echse. Hey, ich hab gesehen, wie du in die Richtung geguckt hast, wo dieses scheiß Ding war. Wenn du als einziger das gesehen hast, dann kann das ja wie Reaper schon gesagt hat, auch einfach eine Beweisumkehr sein. Ja. Wir waren nämlich nur zu dritt da. Zwei Traitor und ein Inno. Also von daher der Wasserzimmer. Erstmal hab ich dich nicht gesehen. Zweitens hat Snape so übel versucht, sich rauszureden. Das ist schon klar, was er Traitor war. Also sorry. Na ja. Ich finde, wir sollten für Beweise immer drei Zeugen haben. Den Täter und zwei Zeugen. Guter Plan. Ja, und Snape spielt an der Spielhalle hier rum. Genau. Ja, besser als wenn er an sich rumspielt. Das ist ein komisch Biest, der hier rausläuft. Teil für die Musik. Mann, gibt's hier auch mal eine andere Knarre als nur diesen Schrott? Ja, habe ich. Den Pum Shotgun. Ja, der Winchester gibt auch. Winchester. Du hast doch nach anderen Schrott gefragt. Anderen Schrott? Okay. Ich hab nach anderen Waffen gefragt als dieser Schrott, der hier rumliegt. Ja, und dann eine Winchester. Erste Verlässt. Warum wird sie verletzt? Was? Ich bin noch nicht verletzt. Wer ist denn der Winchester? Das ist Florian Silbereitsch. Aua. John X. Kennedy. Danke, das war jetzt aber nicht sehr nett. Das war wegen der Winchester. Das machen sie hier. Hallo? Warum verfolgen sie mich? Oh Gott. Ja, weiß ich nicht. Weil ich... Das hört sich gerade an, als ob wir hier eine Frau mehr hätten. Professor Snape ist tot. Ja, das ist Duncan. Heißt das nicht dein Professoren Snape? Ja, ich weiß nicht, ob du gerade gesehen hast. Professor Snape ist durch den Bloody Knife gestorben. Bloody Knife. Das ist normalerweise ein Cyberbot-Zwerg. Aber Florian hat die Leiche als erstes gesehen. Florian war bei mir, das kann ich bestätigen. Okay, gut. Das hört sich an die Cyberbot. Oder Septibob. Oh mein Gott. Ich bin übergeistert. Ah, noch ein Geist. Ah, sind hier zwei? Das ist aufwand bei mir. Das gibt insgesamt vier. Ja, ja, ich weiß. Ja, aber zwei sind noch im Raum. Hier sind zwei am rumlaufen, das mein ich. Ja, ja. Okay, wer ist hier? Duncan und... Wer war das? Donut. Ich war's. Und da ist der nächste. Das heißt, da ist der Septibot. Oder irgendwie... Warum immer irgendwie? Oh Gott, jetzt sind wir alle zusammenfasst. Ah ja, sind wir. Oh mein Gott. Warum ist der Klitschko schon so fertig? Weil... Frag doch mal den... Echse. Nein! Das war dafür, dass du das Messer reingerammt hast, wie so ein Steak. Ein Steak. Hinter dir. Knapp 20 Zentimeter. Okay. Wann wir... Ne, wann war mir, wie auch immer. Also Klitschko und ich so ein Safe. Will ich jetzt auch behaupten. Also... Könnte man Septicant schießen. Man könnte. Wüsste man ihn nur noch finden. Man könnte, wenn man wollte, ne? Und was, wie geht's euch so? Ah, wunderbar. Du wirst jetzt gleich sterben. Ach so, es geht euch gut. Okay. Ja. Das ist die Hauptsache. Ach, da ist... Ne, das ist er nicht. Äh, hinter dir ist... Ne, doch kein Geist. Das war ein Geist hinter mir, wenn. Ach, Mann. Ach, der Orangene ist auch schon unterwegs. Ja, ich hab's gerade gesehen. Ich bin voll in ihn reingelaufen. Ah, wunderbar. Gott, warum finde ich nicht das, was ich haben will. Was suchst du denn? Der hängt bestimmt in irgendeinem Room drin und ist da kein Code. Naja, wahrscheinlich nicht. Nein. Im Hitmarkt oder so. Ja, ich bin im Hitmarkt. Ich hab ihn gefunden. Aber die Position kann man jetzt schlecht erklären. Ah, ah, ah. Das ist doch so kacke. Das war, wenn mir gefolgt ist. Ich hab überhaupt nicht gedacht, dass jemand in der Gruppe steht. Naja, ich war ja mitten bei der Gruppe dabei. Warum messert ihr mich immer? Ich wusste, ich mich nicht anders hätte töten sollen. Ich wollte dich nicht erschießen. Leute, was ich auch so geil finde. Slay redet mit mir. Ich steche ihn einfach ab. Er ist schnitt. Keiner denkt raus. Ich wusste, dass er es ist. Jetzt hat keiner Dioplay zugehört. Ich wusste, dass es dein Werk war. Ja, weil ich auch immer Bloody Dive hab. Es war Gottes Werk. Ich hatte meins schon gekauft, aber hab es noch nicht verwendet. Gottes Werk? Sonst Reapers Beitrag, oder wie? Äh, nein. Er ist einfach still, dann geht's nicht. Oh, Mann. Ach ja. Es war einmal Traitor geworden, hat die Runde versaut. Und dann sind wir wieder 20.000 Runden, kein Traitor. So, wen haben wir jetzt als Target? Achso. Ist ja interessant. Ich habe jetzt den Septibot als Target. Glitchco ist es. Ich auch. Septibot hat geshoppt. Glitchco hat auch geshoppt. Ja. Ich shoppe die gleiche, damit der Deal. Ah, ich mein, die schau doch mal nicht. Aua. Axis. Wofür war das jetzt Axis? Danke, warte. Magnetus-Stick, Magnetus-Stick, links-click. Snape ist es, Snape ist es, Snape ist es, Snape ist es gerade im Traitor rumrein. Links-click, Magnetus-Stick. Warte, ich bin gleich. Ah. So nicht, so nicht, so nicht, Wladimir. Ja, ich... Er hat vorhin mir die Tür aufgemacht, mir die vorhin nachgelaufen. Und Wadwami war es wirklich. Haha. Ja, aber warum hast du mich denn angeschossen? Ach, ich hab dir fünf Schaden gemacht. Nein, du, 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 du hast mir 50 Schaden gemacht. Hä, du hast es bei mir doch... Ich hab dich einmal... Also Snape, das war jetzt nicht gut gemacht. ...einen Schaden abgefeuert. Ja, das bringt ja... Das kann auch ein Headshot gewesen sein. Ich hab 50 Schaden bekommen. Ich hab dir doch... Ich war hinter dir, direkt hinter dir begann ich ja nichts für. Ja, dann darfst du nicht auf mich schießen. Da hab ich mir das Wort noch weggemäht. Da ist auf meinem Hals ein Headshot und ich hab den Bauch gezählt. Oh, Mann. Ah, egal. Snape! Okay, einer von beiden ist tot. Das war noch... Ah. Äh, Snape, was hast du denn jetzt für eine Ausrede? Es war eine NGF. Keine Ausrede? Okay, dann Snape. Hier ist, glaub ich, auch noch einer gestorben. Ja, ich hab einen Schrei gehört. Snape ist hundertprozentig. Oh, hier liegen die Leute. Septic ist ge... Noi! Oh, mein Gott. Ja, das ging fix, würd ich mal behaupten. Badum. Das ist mit Duncan Mac Lloyd lebt laut. Sorry, Mac Lloyd lebt laut. MacLaud, MacLaud. MacLauder? Ich sag doch auch zu dir nicht Conny D. Conny D. Hey, warum schießt ihr? Wer ist Conny D. Ich hab neben dich geschossen. Was willst du eigentlich? Das war aber ganz knapp. Es war ein... Hey, es ist ein Minecraft-Block neben dir, wie du sagst. Im übertragenen Sinne. Ein Minecraft-Block? Was siehst du hier Minecraft-Blöcke? Na, ich glaube... Ich glaube, der... Ich glaube, der Mr. President ist das. Wow, auf Bauchhöhe hab ich neben dich geschossen. Auf erbacken Skidfakt. Ey, ich versuche nie einen Headshot zu machen. Das war ne Diegel. Das war ne Diegel. Es war ne Autosniper. Das war ne Diegel. Ich hab nicht meine Diegel. Ich hab eine normale Pistel. Irgendjemand hat mich angeschossen haben. Ich war es nicht. Ja, das... Ich hab ne Autosniper, wie gesagt. Es war ne Autosniper. Der ist, der ist, äh, gerade eben bei diesen, äh, Automaten da, wo man die, diese Geister loslassen kann. Ich war gerade neben dir, aber ich war nicht. Ja, wann war mir. Was denn? Alter, der hat mir richtig Schaden reingedrückt. Und ich hab nur so, so ne Scheißwaffe. Nee, ach, das bist du. Nein! Nein, warte, es ist ein Waffe. Nein, warte, es ist ein Waffe. Ich mach mal nicht, was war ich. Ach, du bist wieder belebt. Ach, du, ja. Okay, ich glaub, schön, schön, schön. Ja, ich hab nicht dran gedacht. Wunderbar. Ich hab vergessen, dass es ein Traitor war, dass es ein Tote Traitor war. Ich hab gedacht, okay, ein Traitor war schon tot. Das heißt, er kann es nicht sein. Er guckt mich an und denkt sich nichts. Ja, weil ich halt gedacht habe, komm, ein Traitor war schon tot. Aber ich hab nicht gedacht, dass es ein Tote Traitor war. Aber Snae schießt immer gleich, wenn du ihm festst. Sagst nicht, dass er auf die mein Dinger mit dem Magnus liegt. Nein, er schießt einfach. Oh, ich hasse die Welt wegen der Papak-Skins einfach. Ich hasse sie deswegen. Ich glaube, wir sind noch mal in der letzten Runde jetzt. Ah, ja gut. Ja, Snae. Letzte Runde. Okay, tschüss. Ich sehe das direkt, wie mein Nachbar einfach direkt stirbt und dann so war's. Letzte Runde, letztes Glück. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Wupp, wupp, wupp. Aber wann das geil warst du, als du noch Flory anschießt? Ja. Er hockt da, wie du beleben. Flory kommt rein. Guckt ihn an. Geht einfach weiter. Ich hab den gar nicht gesehen. Der hockt gleich rüber in der Leiche. Und du siehst das. Ich hab ihn gar nicht gesehen, da hab ich auf einmal Schaden bekommen. Ja, der hat sich das auch noch angeschossen. Ey, wer ist das hier? Das ist Florian Silbereisen, okay. Da hab ich auch gut geschluckt bei dem einen Schuss, der mir abgezogen hat. Ja, das war direkt near Death, glaube ich. Oh, Traitor. Oh, komm, schon, Echse. Das ist doch eben Traitor-Raum. Das Ding, äh, bist du am Traitor-Raum, oder nicht? Was ist nix für Traitor-Room? Das ist, das sagt, die machen dir keinen Schaden, wenn du das machst. Im Traitor-Raum-Rent ist einer mindestens, also im Traitor-Raum-Rent. Oh, oh. Ist ich in der Traitor-Raum, Alter, wo ich... Okay, Professor Dave, steht lieber im Traitor-Raum-Rent. Jetzt ist einer losgelassen worden. Nee, dann wurde ich schon losgelassen, dann tue ich mich durch. Wenn die blau sind, machen die keinen Schaden bei dir. Gehst du Pac-Man nicht, Mann? Sag mal, ich begegne dich jetzt wirklich keinem... Ähm, keine D, keine D war's, oder? Ich hab einen Traitor, aber auch leider auch ein Video-Licht erschossen. Boah. Ich war hier, Alter. Ich war nicht mehr bei euch in der Nähe. Was wollt'n ihr? So, ich bin Confirmed-Henno. Bin jetzt das hier gekommen. Okay, du bist Confirmed-Henno, das ist Septic-Bot. Und, äh, Florian, sie weiß, neben dem Loch. Einer von uns drei, nimm's. Ja, wir sind auch hier. Nee, doch nicht. Hehehehe. Hehehehe. Was, wann mag mir Quilchkommen, Professor Snape, denn? Snape. Nicht Snape. Wir sind hier tot. Ja. Wir sind nur noch vertritt, hier, die noch. Was, die lag hier ganz in Waffe, oder so? Wow. Man! Hahaha. Der einfach mal mit der Leiche rüber um die Ecke kommt. Der kommt nur der Leiche. Ey, warum verfolgt der mich jetzt? Der meinte, sieh dich an, was abzubiegen geht. Alter. Ah, Geist, Geist, Geist. Ja, Geist, Geist. Ey, Kennedy ist es, Kenny. Kennedy ist es. Der, der ist ein, der, der ist ein Dead Ringer. Nein! Ich bin extra lang geschlichten hier. Oh Mann, das gibt's nicht. Ab, Mutti. Das war's. Das war's. Lass'n Daumen da auch, oder auch nicht. Auf Wiedersehen. Ciao, schau von der anderen vorbei. Sei. Ciao. Tschüss. Bye, Yola. Tschüss.